Musik Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Catherine Ich habe mir heute ein neues Komponentenkabel gekauft Also dient dieser Part auch gleichzeitig als Testaufnahme Und zwar möchte ich, dass ihr in den Kommentaren schreibt Wenn ihr Zeit, Geduld und Lust habt, ob die Qualität nun besser geworden ist oder schlechter Wenn schlechter, dann gehe ich wieder zurück zu meinen alten Komponentenkabel Aber jetzt würde ich mal sagen, genug mit den Geschwafeln, auf zum Beichtstuhl Ja, und wir reden nochmal mit den Typen hinter dem Gitter Und das Bild hat sich doch wieder verändert, oder? Es tanzen mehr Schafe rum um unser Kreuz Jikes, ich werde aus dem Bild immer noch nicht schlau Und wer bist du? Warum machst du das? Ich kann es erklären, aber ich wüsste, dass du das verstehen würdest In any case, sitz auf, wenn du reden willst Immer noch mit einem leichten, arroganten Unterton Aber schon viel netter als in den letzten Parts Hocken wir uns doch mal hin Ich sehe, dass du das schlauere Eis passen kannst Gut für dich Du kannst mich in einem Moment töten, wenn du willst Hast du, hast du eine Schraubung gesehen? Ich will nicht, dass ich nichts anderes an diesem Punkt antworten Ich bin derjenige, die Fragen zu fragen Das ist die sechste Frage Wenn die Person, die du liebten, interessiert in paraphilischem Infantilismus Was würdest du tun? Ihr Partner steht auf Babyspielchen Was? Äh, definitiv nicht mein klarer Trennungsgrund Das ist das, was du? Ich verstehe, aber egal Du kannst dich antworten, wie du wählst Jetzt, die Dinge werden nur noch immer schwieriger von diesem Punkt an Es wird nicht wie die vorherigen Levels Und die place, die du nennen würdest, die wirklich hell ist, wird bald kommen Das Diskussion ist vorbei, los geht's und hoch geht ins nächste level die antworten der anderen liegen vor ich probiere alles aus ja dann viel spaß es ist nicht mal sorry ich will klettern ich habe angst wenn wir die zeit dazu haben du sagst es sind ich habe angst von dem level ich habe nämlich die erste aufnahme total in den sand gesetzt und ich habe gefehlt wie eine 1 schauen wir mal ob wir es dann besser machen können als vorher ja so muss das aussehen ich möchte da wo das kissen ist und dann möchte ich das äh das war jetzt nicht gut so nochmal von vorne und kissen holen und block holen dich aus dem weg boxen haupt die ist das und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und hab dich nie gelegt never know you nein 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 ich wollte nicht zu lange drauf bleiben und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss Nein! Was mache ich denn? Das ist jetzt langsam nicht mehr lustig. Ich habe das Karre im ersten Durchlauf. Ganz gut hinbekommen. Was mache ich denn jetzt das für ein... Eine Gülle. So. Andu. So. Ah ja, genau so war das. So. Das verschiebe ich jetzt halt bis dorthin. Und da hoch. Und nochmal da hoch. Und da hoch. Und dann brav dahin. Klettern über die Kanten. So dass ich nicht unterfalle. Das war... Das war... Das war... Scheiße. Ah, ich weiß schon wie ich das mache. Da oben. Und Kissen, das ich haben möchte. Schön. So. Und hoch mit uns. Und... Und... Äh... Da lang sind sie. Dankeschön. Und hoch mit uns. Und hoch mit uns. Und... Und... Und hoch. Und... 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 Verschwinde, das ist meins. Ich hab solche... Oh, ja. So. Das war jetzt halt... Äh, das war jetzt halt doof. Äh, das war noch doofer. So. Wenn ich das jetzt so mache... Wow. Wow. Oh, das war knapp. Älte. 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 So, und jetzt noch da rum, und rum, und ja, 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 geil, hoch, weg hier, Freund, oh, sorry. Oh, ich hatte Angst. Oh, what's up? Oh, endlich Podium. Nummer 1. Speichern. Bitte. Carré 1. Überschreiben. Merci beaucoup. Reden. Mit dir. Oh, wey. Das ist krank. Anna, ich mache mit dir. Ja. Hey, do you wish for your loved one to be happy? Well, of course. Even if it makes you unhappy? Sure. Wenn sie glücklich ist. To be specific. Should I break up with someone that I... What? But I love her. I have to tell her, tomorrow, that we're breaking up. Let's focus on getting out of here, before you start thinking about what you're going to do. If I can do it, then... Oh, Anna. Hello. Ich glaube, das ist unser Freund Daniel. Für die Infos noch nicht gecheckt haben, aber ich glaube, ihr habt's eh alle gecheckt. Ich rede manchmal so ein Sturz daher. Sorry. Sicko. Was ist mit dir? Das ist doch schön. Das ist geil. Das ist geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh yeah, let's do this. Dankeschön für die Komplimente. Was ist mit dir? Ich werde mich überlegen. Ich werde hier für einen Moment resten. Dann gehen wir zurück und lernen etwas mehr. Oh, man hat sich kein Mühe daran. Aber bald ist es ja überstanden. Hey, was kann ich über die Techniken sprechen? Was? Es ist hier. Na? Auf der Barsch. Er wird da sein. Dad. Er wird mich töten. Mit diesem Ack. Wie du ihn benutzt hast. Was? Oh. Du Hammer. Dann ist dein Vater schuld. Das ist nicht wahr, Mann. Ich weiß. Er ist kein guter Vater. Aber selbst wenn du das kennst, er ist immer noch ein Kind zurück. Selbst jetzt, dass er tot ist, und ich bin älter, als er immer war. Ja, immer schön weitermachen. Ja, alles nicht so einfach zur Zeit. Die hab ich schon geredet. Hey. 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 Okay. Oh ja, schauen wir uns das nochmal an, aber diesmal, wenn wir klicken, wir kennen ja jetzt Geronimo und kontrollierte Zerstörung. Oh, was mit dir, Schachtbrille? Oh, was ist denn mit dir? Dankeschön. Äh, öfters. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, so, wir haben mit allen gesprochen. So, wenn ich jetzt will, könnte ich jetzt zum Beichstuhl gehen und mir das nächste Stockwerk vornehmen. Aber, ich speichere erst einmal und bin mal so gemein und gebe euch den Partner. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cliffhanger. Welche Gefahren erwarten uns noch im Karree? Wer ist dieser mysteriöse Typ, der im Beichstuhl sitzt? Werden wir hier lebend rauskommen? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Catherine. Ich bin Mahagon LP. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.